Willkommen zurück hier bei Eurotrack Simulator 2 und heute gehe ich mal einem Wunsch nach und hier bei YouTube. Er hat gesagt, ich soll mal von Stuttgart nach Österreich fahren. Das mache ich jetzt mal. Schauen wir mal. Stuttgart. Da haben wir es doch schon. Gucken wir mal, ob wir hier was haben. Nach Österreich. Äh. Ah doch hier. Salzburg haben wir hier. Okay. Passt. Radlader. Dafür kriegen wir 6800 Euro. Das ist gut. Dann fangen wir mal dahin. Oje. Pisswetter auch noch. Na dann geht's los. So. Warte mal. Kommt da was? Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Hier kommt nix. Was? 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 Toll. Schon wieder Strafe hier. Ey, ich glaub's nicht. Na gut. Na gut, dann fahr ich mal 50. Ne, 60. 60. Hier muss ich mal blinken. Wow, was ist das für ein Geistding. Krass. Was ist das für ne Marke? Volvo, oder? Ist das ein Volvo? Soll ich da fahren? Oh, das ist immer so knapp. Darf sogar 80 fahren. Okay. Schauen wir mal. So, schön hochfahren. Ööö. Aber nicht so wild. Ja, wunderbar. So. Jetzt passt das. Und dann haben wir schon über 80.000 Euro. Das heißt, wir haben bald unseren ersten LKW. Unseren eigenen. Da werd ich mir diesen hier holen. Oh, der ist cool. Der gefällt mir. Okay. Bis jetzt der Weste, find ich. Hat was. Dankeschön. Oder ist das hier nur... Tankstelle? Ich glaub, das ist nur Tankstelle. Ich will nichts falsch machen jetzt. Ach nee, das ist ne andere Straße. Ach so. Ah, jetzt. Okay. Und ein Tunnel kommt. Das ist schon mal gut. Okay. 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 Und die Wasser-Troppen sind weg. Spurlos. Lassen wir morgen den Scheinbüscher an. Aber gleich bin ich wieder draußen. Ich bin mal gespannt, ob hier was Neues kommt. Vielleicht sehen wir hier auch irgendwann mal ein U-Foto oder so. Was wär's denn noch? Also wenn's so bleibt wie jetzt, dann passt es nur. Kein Stau, nix. Und ausnahmsweise mal keine schlechten Autofahrer. Ah, da vorne kommt wie die Straße wieder zusammen. Na ja, okay. Jetzt versteh ich's. So ein scheiß Wetter hier. Das ist ja Wahnsinn. Höhe. Ah, jetzt kommt dann Tankstelle. Okay. Und der kommt von Stokes oder fährt nach Stokes. Stokes. Was auch immer der liefert. Kann uns jetzt egal sein. Wir haben hier einen Radlader. Hinten. Oder sind's zwei? Ja, zwei sind's, okay. Dachte ich mir schon fast. Muss, was ist jetzt los? Tch. So. Bus. Ah, ich hab gehört, es kommt auch ein Fernbus-Simulator raus. Von meinem Fernbus, oder wie's heißt, oder Flix-Bus. Oder wie's heißt. Dieser grüne Bus da. Glaub ich, gibt's auch ein Spiel hier. Kann ich auch mal spielen, wenn ihr wollt. Fernbus-Simulator. Aber erst kommt mal hier, Bus-Simulator 16. Aufwoll ich mich schon drauf. Das hab ich ja schon angekündigt auf Instagram. Und Facebook. Das wird was. Wenn ihr dort übrigens mit mir befreundet sein wollt. Oder mir folgen wollt. Unten in der Videobeschreibung steht alles drin. Nur mal so zur Info. Und es regnet nicht mehr. Nur mal so zur Info. WCP, okay. Ah, da steht's schon. Nürnberg, Salzburg, München. Das ist gut. Und rechts ist nach Zürich. Das ist in der Schwitz. Ne Schwitze. Was gefällt euch eigentlich am besten? Euro-Truck oder American-Truck? Würde mich mal interessieren. Ihr wisst ja, ich let's play ja zur Zeit beides gleichzeitig. Aber mich würde es schon mal gerne interessieren, was euch am besten gefällt. Innsbruck steht auch da. Okay. Das ist glaube ich auch in Österreich. Wenn mich nicht alles durchscht. Aber noch kein Stau. Das ist gut. Und wir sind immer noch auf der Autobahn. Das ist noch besser. Nicht immer auf der Landstraße. Was dauert das noch länger? Das ist nicht gut. Und dann geht's nach München. Da war ich auch letztens. Und zwar im Sea Life. Leipzig und Prag. Oh, ich muss da runterfahren. Das sehe ich gerade. Okay. Oh nein. Achso, okay. Boah. Ich dachte, das ist Landstraße. Das ist aber keine. Das ist nur eine ganz stinknormale Autobahn. Okay. Bin ich ja beruhigt. Der LKW ist einfach der Hammer. Ich will auch so einen. Als eigenen. Hey, bist du fährt nicht zu langsam? Versteh ich nicht. Hab das Tempobat nicht eingeschaltet oder was? Ah, da drin steht das Tempobat jetzt. Okay. Och. Da ganz, ganz klein in dem roten Ding drin. Im rechten. Im rechten roten Kasten. Zwischen meinem Lenkrad. Da steht es ganz klein. 80. Und das ist ja 011. Oh Mann. Das soll man sehen. Oh mein Gott. Sind schon gleich da. Nicht mal mehr 100 Kilometer. Sehr krass. Ich bin auch schon gespannt, wie ich das dann hier mache mit meinem eigenen LKW und mit den Arbeitern hier. Das habe ich hier noch nie gemacht. Auch eine eigene Garage, glaube ich, kriege ich mal dann auch. Das kenne ich alles gar nicht. Ich habe das damals noch nicht so weit gespielt. So, dann überholen wir den mal. Ah, guck schon. Ja, aber es ist ein Tick schneller als er. Ganz kleinen Tick. Wir müssen zum Besuch hierbleiben. Weil ich will auch nicht nach Verona oder sonst wo hin. So, ist schön. Noch knapp 50 Kilometer. Und dann sind wir in Salzburg. Ich habe aber noch keine Grenze gesehen. Die müsste aber auch bald kommen. Oder habe ich die jetzt verpasst, irgendwie? Ich glaube, ich habe sie noch nicht gesehen. Vielleicht kommt sie noch. Obwohl ich war doch blind und habe sie nicht mehr gesehen. Das kann auch sein. Da rechts ist wieder eine Tankstelle. Da müssen wir aber nicht hin. Ach, jetzt habe ich Schluck auf. Das auch noch. Ah, ich glaube, da vorne kommt sie jetzt, oder? Ich glaube schon. Nee. Die feine Bettgesellschaft. Ah, doch, doch, doch. Da vorne ist die Grenze. Haha. Da wehen schon die Fahnen von Deutschland und Österreich. Von Austria. Von Germany. Wie in Linz und Salzburg. Okay. Ja, da sollte ein bisschen schneller fahren da vorne. Nicht, dass ich innen reinkrache da. Ah, fahr schon. Schneller. Danke. Danke. Tch. Gutes Willen. Nein, nicht so schnell. Okay. Keine Autobahn. Okay. Jetzt darf man hier wahrscheinlich 50 fahren, oder? Nee, noch nicht. Na gut. Ich fahre jetzt aber gerade ganz, ganz langsam. Warum auch immer. Hm. Saal spürig. Da ist ein Fluss, oder? Warte mal. Ja, lieber nicht. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht. Ah, das habe ich nicht gesehen. Mann. Mal gucken, ob da Fluss läuft. Okay, kein erster Aufenthalt. Na gut. Ah, ich darf doch 50 fahren. Na gut. Ah, ich bin falsch. Kacke. Och, komm. Oh, nee. Das ist nicht wahr jetzt. Okay, das haben wir gleich. Mal komplett einschlagen. Hääää. Warte. Hier muss ich rein. Eben. Da muss ich rein! Oh Gott. Hilfe! Hilfe! Zu schnell? So, geht's ab. Okay. So, hier reinparken, das werden wir auch noch schaffen. Hoffe ich mal. Typ, 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 typ. Typ, 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 typ. So. Jetzt gerade rein. Tsss. Äh. Boah. Okay. Jetzt geht's los. Ja, schneller, 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 jajaja. Ja, ja, ja. Oh, es klappt. Yes. Das war schon. Tust es. Okay. Ausgezeichnet, ja Gott sei Dank. Boah, Schaden nicht abgezogen. So gut. Das ist schön. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Euro Truck Simulator 2. Bis dann. Tschüss.